Hallo zusammen. Heute regnet es. Wir haben drei Grad. Schnee, Regen. Ich nehme euch heute mal wieder mit in den Eingangsbereich. Hier die Haupttüre ist offen. Schauen wir mal wie weit willkommen. Musik läuft auch. Viel Spaß dabei. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui il pleut et nous avons 3 degrés de neige fondue. Je vais vous ramener à l'entrée aujourd'hui. Nous verrons juste où nous allons. Amusez-vous, Martin. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020